Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer frischen, brandneuen Folge von Deine Gesundheit machst du selbst im neuen Jahr 2021. Mein Name ist Dr. Annette Jasper, ich bin ganzheitliche holistische Zahnärztin und dieser Podcast soll dich in deiner Gesundheit unterstützen. Deine Gesundheit machst du selbst, heißt dieser Podcast, weil er dir Informationen, Tipps, alles rund um die Gesundheit liefern möchte, damit du deine Gesundheit eben selbst machen kannst. Und diese erste Folge im neuen Jahr ist eine kurze, knackige Folge, ja, die uns einfach in das neue Jahr einruft und deswegen habe ich diese Folge auch genannt, welche Energie, welche Farbe möchtest du dem neuen Jahr geben. Ja, am Ende eines Jahres gehe ich ganz gerne in die Stille. Wenn am letzten Arbeitstag, am letzten Praxistag die Praxistür geschlossen wird, dann kehrt Ruhe ein. Bis dahin ist voll der Trubel, Patienten mit Schmerzen, mit Problemen, Mitarbeiter, die fertig werden wollen, die wegfahren wollen, Dinge, die erledigt eingekauft werden müssen. Du kennst es. Aber irgendwann, irgendwann wird die Praxistür geschlossen und dann kehrt Ruhe ein. Und es gab Zeiten, in denen konnte ich diese Ruhe nicht ertragen. Ich konnte sie nicht aushalten. Und es war dann so, dass wir auch sofort weggefahren sind. Ja, wir sind sofort in Skiurlaub zu den Eltern, zu den Schwiegereltern, irgendwo hingefahren nach dem Motto Hauptsache weg und Hauptsache eine neue Beschäftigung suchen, um sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen. Natürlich war mir das nicht so klar gewesen, dass das der Grund war, sondern ich hatte mir eingeredet, das muss so sein. Ja, also jede Minute muss genutzt werden und wir müssen sofort weg. Schließlich und endlich war das natürlich ein großer Stress. Heute ist es anders. Heute genieße ich diese Ruhe. Ich reflektiere gerne. Ich setze mich hin, schaue mein Vision Board an. Meine Aufzeichnungen, die ich Anfang des Jahres gemacht habe. Ja, ich mache diese Dinge nicht zu Silvester. Vielleicht du auch nicht, sondern einfach dann, wenn diese Weihnachtszeit ist. Ja, diese Weihnachtszeit und diese Zeit zwischen den Jahren. Also das ist einfach ein ganzer Prozess. Und wenn du jetzt gerade innegehalten hast und dich gewundert hast, oh, die Annette hat ein Vision Board. Wie kommt das denn und warum? Dann mag ich dir ganz gerne da ein, zwei Sätze zu sagen, denn mein Vision Board liebe ich. Das ist mein Lebensplaner in Bildern. Und ich liebe es, mich immer wieder damit zu beschäftigen. Ich liebe es, am Jahresende für das neue Jahr entweder ein neues Vision Board zu machen oder mein vorhandenes Jahr zu überkleben. Und meistens habe ich ein Vision Board für mein Leben sozusagen und dein ein Vision Board für das Jahr, für das Jahr, was kommt. Ja, und dann setze ich mich hin und gehe in mich und denke nach, was möchte ich in den neuen Jahren erreichen? Welche Energie, welche Farbe möchte ich diesem neuen Jahr geben? Und denke natürlich gleichzeitig nach, was war letztes Jahr gewesen? Was wollte ich da erreichen? Wo wollte ich hin? Wo bin ich jetzt tatsächlich heute? Und so manches Mal komme ich da ins Schmunzeln, weil meine Pläne, meine Erwartungen, Erwartungen ist zu viel gesagt, aber meine Pläne viel zu klein oder viel zu groß waren. Aber so ein Vision Board gibt dir die Möglichkeit, deinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Und wenn du so ein Vision Board erstellst, dann sei vorsichtig, denn es kann passieren, dass das, was du dort draufsetzt, wirklich Wirklichkeit wird. Und möglicherweise hast du dir eine Sache nur aus einem Blickwinkel angeschaut und hast vergessen, dass jede Sache mindestens zwei Seiten hat. Zum Beispiel, als ich mir vorgestellt hatte, tatsächlich die Marke Muscanadent zu entwickeln und aufzubauen, hatte ich nicht im Kopf gehabt, mit wie viel Arbeit das verbunden ist. Ich hatte nicht im Kopf gehabt, wie viel Zeit ich investieren muss. Ja, das ist der Preis. Den man für alles zu zahlen hat. Und ja, ganz ehrlich, ich sage manchmal, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich es nicht gemacht. Aber Bullshit, natürlich hätte ich es gemacht. Denn es war irgendwie in mir drin und es wollte heraus. Und so ist es eben mit vielen, vielen anderen Dingen auch, die auf meinem Vision Board sind. Und sehr interessant finde ich übrigens, ich sagte eben schon, dass ich ein Vision Board für das jeweilige Jahr auch gerne anfertige. Ich will nicht sagen jedes Jahr, aber sehr, sehr häufig mache ich das. Und sehr interessant ist, dass auf dem Vision Board für 2020 keine Reise drauf war. Ich darf dir dazu sagen, dass mein Mann, der Sören und ich, dass wir sehr gerne verreisen. Und wir haben uns einmal gesagt, wir wollen den Kindern die Welt zeigen. Die Welt ist so wunderschön und wir reisen nicht einfach irgendwo hin und setzen uns ins Hotel, sondern wir erkunden die Landschaft, die Menschen und steigen etwas tiefer ein. Und wir hatten letztes Jahr, also 2019, hatten wir Ende des Jahres mit den Kindern diskutiert, wo wir hinwollen. Und wir haben natürlich so eine längere Liste mit Reisezielen und irgendwie konnten wir uns nicht so richtig einigen. Und nichts hat auch mir persönlich so richtig gepasst. Ich konnte mich nirgendwo vorstellen. Also ich habe mich nirgendwo gesehen. Weißt du, also als wir zum Beispiel nach Namibia geflogen sind, wusste ich vorher, wie schön das da ist. Also ich war da zwar noch nie gewesen zuvor, aber ich habe mir das vorstellen können. Und für 2020 konnte ich mir keine Reise vorstellen. Gut, es war dann auch nicht so wichtig für mich, da so tiefer einzusteigen. Aber ich will dir nur sagen, interessant, denn letztlich sind wir in 2020 ja auch nirgendwo, ja wirklich nirgendwo hingereist. Ob das Zufall ist, darfst du entscheiden. Also ich habe auf jeden Fall immer ein Vision Board und ich halte das immer für sehr wichtig. Ja, was heißt wichtig? Doch, ich halte es für sehr wichtig. Mir ist es wichtig, vorher für mich festzulegen, welche Farbe und welche Energie soll das neue Jahr, das neue unbeschriebene Blatt sozusagen, was vor mir liegt, haben. Denn wir Menschen sind ja so gestrickt, dass wir immer eine Erklärung, einen Grund brauchen, um irgendetwas zu ändern. Ja, also meinetwegen, du bist krank, schwer krank, dann bekommst du die Erlaubnis von dir selbst. Das ist das Spannende. Du gibst dir selbst die Erlaubnis, so jetzt darfst du was ändern. Wenn ein neues Jahr beginnt, dann gibst du dir auch viel eher die Erlaubnis, etwas zu ändern. Ja, so kommen all die guten Vorsätze zustande. Ja, im neuen Jahr, da werde ich jeden Tag joggen oder im neuen Jahr, da esse ich keine Süßigkeiten mehr oder was auch immer. Ja, es ist einfach eine Chance, etwas Neues anzufangen, etwas zu verändern. Und ich halte nichts davon, so hochtrabende neue Vorsätze zu machen. Nein, gar nicht. Aber ich halte viel davon, sich so in eine Energie einzugruven. Und daher finde ich ja die Vorstellung von der Farbe so schön. Also mein 2021 hat die Farben so gelb, orange, pink. Ja, also das sind für mich sehr kraftvolle, sehr warme Farben und Farben, die mir einfach sehr viel Energie geben. Und ja, ich fange diese Farben auf. In dem Fall habe ich tatsächlich ein Foto gemacht. Und ja, wie bin ich auf die gekommen? Ich bin auf die gekommen, weil ich vor einiger Zeit, zufällig in Anführungsstrichen, eine Kleidung anhatte, die diese Kombination aufwies. Und ich habe diese Kombination so angeschaut, wie gesagt, rein zufällig, wenn du an zufällig glaubst. Ich habe diese Farbkombination so angeschaut und habe sie auf mich wirken lassen und habe gemerkt, wow, was für eine Energie diese Farbkombi hat. Und deswegen male ich mein 2021 in dieser Farbkombination an. Das Schöne an so Farben ist, dass wenn du mal von deiner Spur aus deiner Energie rauskommst und dann diese Farbkombination anschaust, dann kommst du ganz schnell wieder in die Spur, in diese Energie, in der du sein möchtest. Und ich helfe mir da mit einem Foto, deswegen die Vision Board. Also auch diese Farbkombination, du kannst es malen, du kannst es zeichnen, du kannst es abfotografieren, eine Collage machen, wie auch immer. Aber auch diese Farbkombination ist natürlich bei mir auf dem Vision Board. Ja, das ist die Sache mit der Energie. Wie soll dieses Jahr werden? Wie viel Bewusstsein und wie viel Eigenverantwortung kann ich in 2021 entwickeln? Das ist für mich die tägliche Aufgabe, die tägliche Frage. Wie viel Bewusstsein und wie viel Eigenverantwortung kann ich entwickeln? Vielleicht wunderst du dich, dass ich mehr Bewusstsein und mehr Eigenverantwortung, ja, ich will nicht sagen mir wünsche, sondern mich darin übe. Ich übe mich in mehr Bewusstsein und mehr Eigenverantwortung. Vielleicht wundert dich das. Bin ich doch über 50, Mutter von zwei großen Kindern, habe ein Haus, ein Haushalt, Gartenhund, Ehemann, bin die Chefin von etlichen Mitarbeiterinnen, habe eine Praxis, zwei weitere Unternehmen. Habe ich da nicht viel Eigenverantwortung? Ja, schon. Aber auch ich ertappe mich immer wieder darin, dass ich Verantwortung abgebe. Ja, dass ich doch dann ein bisschen schlodderig werde und andere Menschen für, ja, für meinen Seelenheil, für mein Glück verantwortlich mache. Diese anderen Menschen sind meine Familie, meine Mitarbeiter, meine Kunden, also meine Patienten, ja, die wissen nichts davon, dass ich ihnen diese Verantwortung überstülpe, aber ich ertappe mich immer wieder darin. Und ich finde es natürlich sehr gut und wichtig, wenn ich das so für mich erkenne. Und das ist, ja, das ist ein Entwicklungspotenzial, welches, in welchem ich mich noch üben möchte. Ja, also das ist für 20, 21 wichtig für mich. Ja, und ich will mal so sagen, Ich habe in 2020 häufiger unter Menschen gelitten, die mich, ja, bewertet haben. Du kennst es vielleicht. Es gibt viele Bewertungsportale. Es gibt viele Bewertungsportale und es gibt ein ganz großes Bewertungsportal und da werden Ärzte bewertet. Und natürlich, wenn du etwas in der Öffentlichkeit bist, dann wirst du auch anderweitig bewertet. Und ich persönlich würde mir nie die, ich würde mir nie die Freiheit oder die, ich würde es nie machen, einen anderen Menschen, den ich nicht wirklich kenne, zu bewerten. Und auch, wenn ich seine Arbeit nicht wirklich bewerten kann. Denn ich meine, wie kann ein Laie die Arbeit eines Arztes bewerten? Das kann der halt einfach nicht. Und welche Art von Bewertung ist das, wenn der Mensch, der bewertet, der Wärter dann, ja, wenn der Bewärter anonym ist? Ja, also es passt für mich einfach nicht und ich halte es für falsch. Ich halte es einfach für falsch und ich weiß es, aber dennoch haben mich viele Dinge betroffen gemacht. Die haben mich getroffen und betroffen gemacht. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt für mich, ein Thema für mich, in dem ich mich loslösen möchte von diesen Dingen und wo ich mehr in die Eigenverantwortung kommen möchte, wo ich mir einfach mehr, schneller, darüber im Klaren sein möchte, was ist die Wahrheit, die ich glauben möchte? Denn Wahrheiten gibt es viele. Es gibt einfach viele, viele Wahrheiten. Die Frage ist immer nur, welche Wahrheit soll für dich gültig sein? Ja, und auch dieses musste ich erst einmal lernen. Ich musste erst einmal lernen, dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Also wenn du einen Partner hast, Kinder hast, dann hat jeder von euch eine eigene Wahrheit. Ja, also das ist alleine schon, wenn ihr einen Spaziergang macht oder eine Wanderung und jeder sieht diesen Wanderweg anders oder einen Film, was in dem Film vorkommt oder was die Oma gesagt hatte, was die Oma gemeint hatte. All diese Dinge. Und wer will bestimmen, was die Wahrheit ist? Die alleinige, die eine ganz besondere Wahrheit gibt es nicht. Es gibt viele Wahrheiten. Und du darfst sie dir aussuchen, die für dich gültig ist. Und das ist eine sehr, sehr große Erkenntnis, sehr wichtige Erkenntnis, die ich in dieser Folge mit dir teilen möchte, weil jetzt am Anfang des Jahres darfst du die Farbe für dein Jahr bestimmen, die Energie für das neue Jahr bestimmen und die Wahrheit, die Wahrheit, die für dich gültig sein soll. Ja, wir alle haben manchmal komische Gedanken und ich habe festgestellt, ja, oder ich erkläre es mir so, Gedanken sind wie Unkraut. Ja, also die Gedanken, die du nicht haben möchtest, die kommen einfach immer wieder und du musst sie immer wieder rauszupfen und musst immer wieder Gedankenhygiene betreiben und sagen, nein, 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 du kommst nicht in meinen Garten rein und dich mag ich nicht haben. Ja, und diese Aufgabe hast du aber immer wieder. Genauso wie der Garten, der vor deinem Haus ist oder hinter deinem Haus ist, da musst du auch immer wieder Rasen mähen, die Sträucher schneiden und eben das Unkraut zupfen, wenn du einen dementsprechend unkrautfreien Garten haben möchtest. Und das halte ich ganz wichtig, sich das einfach auch immer klar zu machen. Es ist nicht mit einmal im Jahr damit getan, sich einmal zu sagen, okay, ich habe jetzt Unkraut gezupft und jetzt ist alles gut. Nein, du musst es einfach immer wieder tun. Und wenn es regnet und die Sonne scheint und das alles schnell hintereinander passiert, dann musst du es jede Woche machen. Und manchmal hast du ein bisschen länger Pause. Und dann kann es auch sein, dass jemand ganz viel Unkraut in deinen Rasen hineinbringt. Zum Beispiel hatten wir mal einen, nein, ein anderes Beispiel, entschuldige bitte. Zum Beispiel hatte ich einen Großonkel und der hatte einen Gärtner und dieser Gärtner hat bei ihm immer schönen Rasen gemäht. Und man muss dazu sagen, dass mein Großonkel einen sehr großen Garten hatte. Also ich sage das in der Vergangenheit, weil er leider nicht mehr lebt. Und er hatte also einen sehr großen Garten und deswegen hat er sich ja auch einen Gärtner geholt. Und er hat aber dem Gärtner keinerlei Vorgaben gemacht und er war ganz froh, dass der Gärtner seinen eigenen Rasenmäher mitgebracht hatte, weil das eben ein großer Rasenmäher auch war, auf dem er sitzen konnte und der Garten eben dementsprechend groß war. Und nach einer Weide, ich glaube, das hat so ein halbes Jahr gedauert, hat mein Onkel dann festgestellt, der Onkel Alois, hat mein Onkel festgestellt, dass er immer mehr Unkraut auf seinem Rasen, der ihm so viel bedeutete, das war wie so ein Golfer-Rasen, dass er immer mehr Unkraut bekam. Und da hat sich mit dem Gärtner unterhalten und der Gärtner konnte sich das nicht erklären. Und irgendwann, noch etwas später, als der Rasen schon übersät war mit Unkraut, irgendwann hat mein Onkel festgestellt, oder beziehungsweise ist dahinter gekommen, dass die Tatsache, dass der Gärtner seinen Rasenmäher mitgebracht hatte, und mit diesem Rasenmäher hat er natürlich auch bei anderen Kunden den Rasen gemäht, und dadurch hat er sozusagen die Unkrautsamen mitgebracht und die schön verteilt auf dem Rasen meines Onkels. Ja, und als mein Onkel das rausbekommen hatte, hatte zwar nicht den Gärtner entlassen, aber sich selbst einen Rasenmäher gekauft und hat dann die Eigenverantwortung quasi für seinen Rasen übernommen, hat dann also dem Gärtner die Vorgabe gemacht, er soll bitte diesen Rasenmähen verwenden. Und genau so ist es auch mit den Menschen, die wir in unser Umfeld lassen. Welches Gedankengut bringen diese Menschen denn zu uns? Ja, wir können noch so positiv sein, noch so gut drauf sein, aber wenn wir jeden Tag, jeden diese Unkraut Gedanken bekommen, dann tun wir uns einfach irgendwann sehr, sehr schwer mit dem Rauszupfen und dann macht es Sinn, einfach das Umfeld zu verändern und einfach dieses Unkraut nicht mehr reinzulassen. Ja, all diese Gedanken finde ich sehr schön, so zum Jahresbeginn zu machen und vielleicht magst du das auch. Vielleicht bringt dir diese Folge die Energie, die du in dem neuen Jahr 2021 spüren möchtest. Vielleicht weißt du, welche Gedanken, welche Unkrautgedanken du rauszupfen möchtest. Vielleicht weißt du auch schon, woher sie gekommen sind und vielleicht hast du auch direkt, wenn du deine Augen schließt, die Farbe, die dein Jahr haben soll vor Augen. Auf jeden Fall wünsche ich dir das. Hoppala, jetzt ist die Folge noch ein bisschen länger geworden, als ich anfangs dachte. Ja, ich hoffe, sie hat dir etwas gebracht. Ich hoffe, sie hat dich etwas inspiriert und ich hoffe, dass diese Podcast Folge dich in das neue Jahr hinein begleitet und du ja, vielleicht machst du dir auch ein Vision Board, vielleicht suchst du dir auch eine Farbe aus und denkst über die Energie nach und hast auf jeden Fall ein wundervolles, wundervolles, wundervolles neues Jahr 2021. Ich wünsche dir unfassbar viel Gesundheit und ich wünsche dir Kraft und Energie für alles, was du schaffen und was du erschaffen möchtest. Pass gut auf dich auf. Ich drücke dich und herze dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Annette Deine